Hier eine extra Playlist, wieder für jede Klassenstufe und Leute schaut hier oben hin, hier entstehen Links. In diesen Links kann man sich schon mal was aussuchen, wenn man keine Geduld hat. In den nächsten paar Sekunden fängt es dann an, dass hier lauter Links entstehen. Also Massen und Gravitation, für jede Klassenstufe ist was dabei. Volumen, Dichte und Co. und wie spannend das ist, was das mit dem Thema Eis zu tun hat oder eben nicht. Eis auf Wasser und und und. Solche Dinge alle, die kommen hier nicht. Jetzt müssten die Links schon da sein und ihr könnt euch dann entsprechend Klassenstufe danach was auswählen, wenn ihr in diese einzelnen Themen reingeht. So, bis später.